Oh. Was geht freund in der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Das ging jetzt so schnell für mein Hirn, Alter. Soll den Zahn uns darstellen, wa? Okay. Oh, der Zahn sieht aber nicht gerade gesund aus. Oh, oh, oh. Wenn du so einen Zahn hast, dann hast du wirklich einen schlechten Zahn. Oh. Oh, 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 oh. Aua. Oh. Hä? Der war doch gerade noch gelb. Oh, das war doch falsch. Alter, bester Zahn aus selber, Mann. Einfach so blind links und dann zieh zum falschen raus. Hä? Wie kann man so blöd das sein? Vielleicht gehen die Zähne raus, Mann. Die müssen ja alle schon scheiße sein. Das ist ja wie das Krokodilspiel, Mann. voll dumm voll dumm was ist das hier alter best of cartoon box cartoon box hat schon ab ich kann nicht ach für den Zahn ach alter jetzt deswegen oh Gott ich geh nicht wieder zum Zahnarzt so kann man auch Kohle machen man die Krankenversicherung und dann nur noch die Zahnfee ist sehr nett oh Mann okay interessant ja gut da wäre ich auch nicht dafür geh ja gut da kommst du nicht mit auch drüber wer wagt auch so einen Sprung Mann das tut weh wenn es weh tut das sind bestimmt Schmerzen beim weh tun ganz genauso würde ich auch da stehen wenn mein Arm eingequetscht wird best alter ich glaub da kommt keiner oh scheiße alter vor allem warum so weit oben mach doch da unten man hier ist doch Platz oh nein 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 jetzt muss ich den Fuß abschnippeln oh Mann wo kam denn der oh Mann das Ende wie will der das jetzt machen wenn noch was auf den anderen Arm kommt ach mit dem Mund oh nein und jetzt das tut weh auf den Glöten alter so zurück zu springen ja wie willst du jetzt Auto fahren oh 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 Glück im Unglück okay Mann der kann kein Glück mehr haben der ist schon im Unglück oh Scheiße aber er kann noch mehr Unglück haben da unten wie willst du jetzt fahren ich meine okay es bringt dir hin du kommst mit dem Auto nicht mehr weg wie kommst du jetzt zu den Schlüssel oh naja das ist nämlich der Geier nicht oh Gott das war krank Mann okay irgendwie gefällt mir das beste Waffe ever alter einfach nur ein Stab mit wie hält der die Waffe nicht schlecht nicht schlecht hä was zum oh 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 das ist ein Test ne der beste Schütze jetzt kommt an den Front voll dumm ich geh nie wieder in den Schießstand ich geh nie wieder und vor allem die hat die Schießstandwaffe dabei im Krieg alter der steht da hinten mit einer Part zur Faust und die hat die Waffe von Schießstand dabei womit du keinen verletzen kannst alter voll dumm oh jetzt aber hier Ninja Jaden oh ja die sind alle barfuß rumgerannt mit Spielkorten schmeiß ein bisschen Skartkorten durch die Gegend ey ich glaube der hat was falsch gemacht oh 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 nein wie kann man das verwechseln das ist doch tödlich oh nein ja wie sagt man so schön sterben kann tödlich sein oh 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 nein er arbeitet im Casino und schmacks einfach die Wurststernestartekarten ja man kennt das voll dumm man Junge wie viel Gas hat der in sich die das tranzante jetzt die oder der die oh oh ich dachte sie zieht jetzt bei den Gorilla am Finger nein er zerrt ihren Arm ab oh nein geschissen das ja das achso deswegen kommt so viel Feuerwerk hinten raus der Bomber voll Mann ich scheiß mich rum da vorne geht auf und alle klatschen ist doch gar nichts passiert Mann bestes Theaterstück ever alter bla 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 wenn die Leute das mal fällt nicht oh ja guck halt einfach zu ich meine du hättest voll ausweichen können genug Zeit nein er sitzt einfach da und wartet schießt er jetzt oder nicht wenn er mich trifft bin ich dann tot wenn ich tot bin kann ich dann überhaupt noch leben ja gut er hat ja nicht mal das Herz getroffen ja bringt zum sterben die Leichenhalle oh man damit er da rauskommt aus dem scheiß Theater kann ich nachvollziehen ja gut wenn es eine Oper ist kann ich es wirklich nachvollziehen das sah ja eigentlich eher aus wie so eine Opernhalle ne ich würde auch nicht in eine gehen wollen nein 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 vor allem da ich eh kein Wort verstehen werde ja so was kommt halt mal vor und es stürzt der Kerzen gerade nach unten naja Kerzen schräg aber immerhin was ist das für ein Pilot Mann hat der ne Scheibe locker oh nein sanft gelandet Mann noch gerade so überlebt boah Stuntflüge aber gut ja aber bestimmt bei GDA San Andreas auf der Stuntschule ich ahne Schlimmes dass du jetzt ich wollte es gerade sagen das ist bestimmt ein Vulkan oh kacke ich scheiß mich ein und die rutschen alle weiter oder die wollten die dorthin bringen ich kann es mir gerade sehr gut vorstellen nach dem was ich alles schon erlebt habe voll nett alter oh cool perfekt geregelt von der eigenen Gewitterwolke erledigt oh Gott ist das dumm ja oh jetzt so ein Sack Mann der hat überhaupt je geklappt geglaubt dass das funktionieren wird wenn keiner weiß doch wie schwer das Ding ist da muss man kann man doch nicht einfach was drauf oh Tickets voll dumm oh hä wieso das ist doch anscheinend Museum oder sowas und die werden in echt erschossen was ist das für eine Scheiße Mann das ist ja voll die Horrorfalle wenn ein Typ kommt Alter ist das krank Mann ey das war geil ich muss mehr davon gucken wenn euch das Video gefallen hat lasst doch ein Like da wenn ihr nicht getan habt abonniert in diesem Sinne verabschiede mich und bin damit raus